Da gibt es auch nur Rooftop als Szenario. Und da schauen wir mal. Länger kann ich jetzt auch nicht mehr spielen, das ist so anstrengend. Geht nicht mehr, das muss er laden. Ein Double Dragon Modus. Das müssen wir alle. Ist das dann Koop oder wie? Los weg mit dem Arsch. Jetzt mach das nicht echt gegenseitig. Hätte mal. Sauber, jetzt mal sie runter. Hoppla. Ja okay. Ich gehöre mich um die Rechten. Lass mich los. Sauber Christian, bring ihn weg. Das ist echt cool, so Tag Team mäßig. Nein, verdammt. Aber die stehen nicht mehr auf, oder? Weil die lagen jetzt ganz schön lange bewusstlos rum. Jetzt habe ich die nächste Wave. Allein gegen drei. Oder steht eine Figur unten auf dem... Ja. Ja, wie ist das? Ja, wie ist das? Ach, das halt. Wie ist das? Ihr habt viel zu schnell gestorben, das war blöd. Hm, nochmal. Gebt euch mal ein bisschen Mühe. Vor allem habt ihr euch immer selber umgebracht, nachdem schon gar keine Gegner mehr da waren. So, jetzt Jungs. Ja genau. Komm, wir lauern gleich mal an der Tür. Sobald die rauskommen sofort. Okay, jetzt ganz konzentriert Daniel, mach keinen Scheiß. Vorsichtig. Und wieder an die Tür. Vielleicht sollten wir dann ja noch festhalten von hinten. Los, wir müssen so einen Close Line machen. Oh, das hat der auch gemacht. Oh, den habe ich. Jetzt halt mal jemand noch von hinten fest, dass er nicht runterfällt. Okay, geht. Nee, stopp. Lass da los, Daniel. Da fallen jetzt beide rum. Ihr könnt mich fester halten. Nein, nein. Oh. Das ist so gefährlich. In dem Spiel weiß ich nicht, was da los ist. Au. Ich hau die einfach alle kaputt. Sauber. So. Das ist so krass. Wie das aussieht. Nein, oh Mann. Nein. Wer weiß, wie das unten aussieht. Wer weiß, wie das unten aussieht. Fuck. Jetzt darfst du lieber ran halten. Oh, ich bin krass. Wie den Christian vermoppen. Das ist so krass. Wie Schuhraum, Schuhraum. Oh, nice. Das endet dann auch immer so. High five. High five. High five. High five. jaja. Ja, die Laufs. Laufs. Hi. Laufs. Oh. Ja, sehr schön. Da reicht echt ein Treffer bei denen, oder? Ah. Ja, geil! Nein, nein, nein! Der Modus ist doch auch super. Haut ab hier! Die stehen echt wieder noch mal auf. Irgendwann ist es schon relativ lang. Du musst jetzt erst mal alle entsorgen, es dauert. Alles gut. Da kommen schon die Nächsten, das ist voll unheimlich Wer weiß wie viele Wellen da kommen, wenn das ganze Dach voll ist mit dem, wer war ich, der türkische Geschäftsmann warst du, der hier Seid ihr doch beide, aber du warst vorher der mit dem Sakko Ja jetzt Ja ja Mit dem Büroarbeiter So, ich gehe hier in Stellung So, mach jetzt vorsichtig beim Runterschmeißen Ja wirklich vorsichtig Lass los Sehr gut Sorge in der Ecke, da sehen sie mich noch nicht Ups An der Nase Die bleiben doch noch länger als K.O. Jaja, die bleiben ganz schön lange K.O. Jetzt steht er auf Schmeißen mal runter Ich habe Angst Hahahaha Nein Das habe ich nicht Genau Nein, 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 Michi Hilf mir Was? Hahahaha So, alles gut Hahahaha 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 Ich war nicht aus Hahahaha gained Hahahaha Auch Die Geidi in meiner Trennzeiten auch lachen. Warte mal so, dann... ...machinanderspring. Ja, wichtiges zu tun hier. Aoooo. Oh, die Aufgabe. Super. Schnell aufräumen. Das wach werden. Schon voll professionell. Ich glaube, ich habe einen zukünftigen Job gefunden. Leute vom Dach schmeißen. Super. Daniel rast voll aus. Da müsste Bud Spencer Terrence Hill Skins geben. Wie gut das wäre. Nein! Zu weit gelaufen. Gab es nicht letztens ein Bud Spencer Terrence Hill Spiel? Ja. Scuffy Ifagioli oder wie das heißt. Das haben wir gar nicht ausprobiert. Habst du ein Spiel? Ja, ja. So ein Beat'em up. Das war aber ein klassischer Brawler. Das war aber noch nicht besonders ausgereift. Wird nur auf Italienisch. Schlimm. War schön so unterm Arm durchgetauscht. Na wo kommt der denn her? Der lag doch am Rand. Weißt du? Jawoll. Jetzt weg damit. Eins. Ne. Schön aufgenommen. Schönes Häufchen. Und Schiss. Oh Mann. Das ist gut. Wir werden die machen. Danke. Geil. Aufräumen. Los. Aufräumen. Los. Ja. Boah. Es hat noch wach geworden. So. Was. 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 So. Jetzt aber nochmal. Eine Runde noch. Du musst eine noch. Ja. Wenn ich den Nuss vom Dach fallen direkt am Start. Ich darf nicht den gleich nehmen wie ich. Das hat es versaut. Okay. Schon bisschen gruselig wenn dann so acht solche Leutchen rauskommen. Ja, ist auch ein bisschen gruselig, wenn man diese leblosen Körper dann so stapelt. Das fand ich gerade schön. Was denn? Doch. Sehr schön. Komm, wir lassen die einfach mal in die Mitte kommen und dann von allen Seiten. Na, danke, darfst du. Warte mal, ich probiere jetzt mal was. Werde ich mal nicht. Jetzt reicht es, der kommt zu anderen, der wird unterschlagen. Ja, wie beim Humberbuff. Na, ging nicht. Na, wurscht. Oh, war noch nicht. Der geht mal Achtung, vorsichtig sein. Oh. Ich kann mich nicht in die Mitte. Ja, ja. Treten musst du ihn. Nein! Tret ihn. Treten ist echt gefährlich. Ah, okay. Ach so, ist gut. Jetzt häng ich noch mehr auf dem Dach. Nö. Wo man da bestimmt runterfallen kann auf diese Plattform. Was machst du denn da? Ich kann mir gegenlaufen ein bisschen. Jawohl. Was? Neuer Highscore. Ich hab da was mitgebracht. Aufsachen mit mir rein. So. Du kommst mit. Sehr schön. Vorsichtig. Ich bin noch dabei. Oh. 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 nur einer drum. Das ist doch viel lustiger so. Ich will das ganze Dach mit Gegnern voll sehen. Mein Arm ist verhakt, fuck. So. Ah, jetzt geht's wieder. Oh nein. Bist du runtergefallen? Ja. Das ist so gemein. Jetzt tickt er wieder auf. Ja. Von wegen kein Stil. Oh. 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 Das, was mit seinem Arm. Ach, jetzt geht's wieder. Oh. 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 wenn da einzelne Stärkere kommen. Ja, aber das ist überhaupt ein bisschen abwechslungsreicher, wäre so. Ich kann schon jetzt mal gucken, wer hat hier kommen. Da war schon Schluss mit uns. Wäre Schluss mit dir gewesen fast. Ja. Irgendwie, wenn man zum Dach kommt, davor kann man ganz gut steuern. An der Dachkante lässt es sich auch schwieriger steuern, weil hier kann man ganz gut einzelne Schritte machen. Sobald man an der Dachkante ist, gibt es irgendwie noch... Was ist das? Da habe ich mir gar nicht mehr gemacht, er macht gleich so viele Schritte. Ja. Ey. Zum Glück hat man den Headbutt, ansonsten, wenn man die so verpugeln müsste, würde es ganz schön dauern manchmal. So. Gleich mal zwei. Ja, das wäre ganz schön viele inzwischen. Sonst müsste man irgendwie Center aufräumen. Da müsste man am Ende als Highscore den Haufen der Leute unten sehen. Ja. Okay. Ist schon ein bisschen makaber. Auch geht. So. 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 Oh, jetzt haben sie mich sogar mal verhackt. Oh nein! Ah, fuck! Tja, ah, wach auf! Nein! Oh, die Starro! Oh, ja? Hält sie doch! Okay, und jetzt? Eine raus! Die haben den zu lange gebraucht, wenn die wieder lacht. Oh, jetzt kommen sie ja langsam. Ja, ja, jetzt wird sie nicht lang. Mysterios Ende. Oh, der will schnell weg! Haha! Schnell, 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 schnell! Die nächste Welle wird mal spannend da rein. Haha! Nehmen wir alle beide! Jawohl! Winner! Winner! Okay! Achso, ja! Sehr geil! Haha! Das war so ein wahnsinniges Spiel! Und das ist nur Version 0.3, wie man unten sieht! Sensationell! Vielen Dank fürs Zuschauen bei Gangbeasts! Und schaltet ihr einmal die nächsten Versus-Folgen! Bis dann! Ciao! Ciao! Untertitelung des ZDF, 2020